Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel vom Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nur wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robertra an. Dieser hat über das Insider Set geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung in Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Insider Set im Test. Erfahrungsbericht. Klartext Geldanlage. Das Insider Set. Die staatliche Rente wird immer weniger. Die Riester-Rente ist totaler Mist. Und durch den 0% Slide-Sins sparren sich unsere Mitmenschen ihr Geld kaputt. Der Euro ist ein Teuro und die Politiker und Banker lügen uns dreist in das Gesicht. Die Versicherungen und Energiekosten steigen stetig. Die Mietpreise in unseren Städten klettern in den Himmel. Wer hat davon denn nicht die Schnauze voll? Ich entschuldige mich für meine Wortwahl, aber es ist schwer für mich, dabei ruhig zu bleiben. Kurz zu mir. Ich befasse mich seit ca. 1,5 Jahren mit dem Thema Finanzen, aber leider ist es sehr komplex und in 4 Zeitankauf. Zeit, die man gar nicht mehr hat, denn so lange kann es bis zum nächsten Crash nicht mehr dauern. Durch mein ständiges Verlangen nach Wissen, wie ich mein Get-Ausseu von Edelmetallen sichern kann und wie attraktiv diese Möglichkeiten sind, bin ich auf Thorsten Wittmann gestoßen. Thorsten Wittmann ist als Finanzautor und Vortragsredner bekannt und genießt einen sehr guten Ruf. Er hat in über 10 Jahren fundiertes Wissen sich aneignen können und gibt dieses sehr gern weiter. Ich habe von Herrn Wittmann das Klartext Geldanlage, das Insider Set, geholt. Und ich möchte euch heute meine persönlichen Erfahrungen weitergeben. Klartext Geldanlage, das Insider Set, Erfahrungen. Das Klartext Geldanlage Insider Set ist ein über 3,5 stündiger und praxiserprobter Videokurs, welcher vollgepackt mit Informationen ist, auf die immer wieder zugegriffen werden kann und der immer auf das neuestes Wissen aktualisiert wird. Der Kurs ist in vier Modulen aufgeteilt. Modul 1, Insiderwissen. Was verheimlichen uns Banken, Politik und Medien? 1. Wie wahrscheinlich sind Währungsreformen? 2. Wie hoch ist die Inflation wirklich? 3. Was lehrt uns die Historie? 4. Wie sind Politik, Medien und Hochfinanz einzuschätzen? 5. Wie kritisch ist die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wirklich? 6. Wie kann ich mathematisch nachweisen, dass unser System zusammenbrechen muss? Modul 2, Sicherheit. Wie erreiche ich wirklich Sicherheit? 1. Was ist das große Geheimnis und die einzige Geldregel, die seit Jahrhunderten funktioniert? 2. Welche Kategorien gibt es und was ist der gravierende Unterschied? 3. Worauf muss unbedingt geachtet werden, um einem Totalverlust vorzubeugen? 4. Was sind die meisten Garantien wirklich? 5. Welche Geldanlage ist nach Fakten die beste bei Inflation und Währungsreform? 6. Was sind die drei zukünftigen potenziellen Szenarien und wie bereite ich mich auf diese vor? 7. Was war die beste Geldanlage in welchem Szenario? Modul 3, Finanzielle Freiheit, Geldanlage von A bis Z 1. Wie gut schlagen sich A wie Aktien in der Krise? 2. Was sind die größten Abzockeprodukte der Banken? 3. Was ist von Lebensversicherung zu halten? 4. Sind und waren Immobilien immer Betongold? 5. Was ist mit meiner Photovoltaikanlage? 6. Wie wertheitig sind Z wie Zertifikate in der Krise? 7. Was ist von Edelmetallien zu halten? 7. Modul K 100% Finanzkontrolle und dauerhafte Geldsicherheit in einer Stunde pro Monat 1. Wie erreiche ich mit einer Stunde im Monat 100% Kontrolle und Sicherheit über mein Geld? 2. Wie habe ich in einer einzigen Übersicht immer aktuell alle Geldanlagen auf einen Blick? 3. Wie sehe ich auf einen Blick, wie sich meine Kosten entwickeln und welche ich nicht benötige? 4. Wie sehe ich sofort all meine existenzwichtigsten Ausgaben und die nicht relevanten? Bonus Nummer 1. Malen nach Zahlen. Checkliste. Im Wert von 19,95 Euro. Mit dieser Checkliste wird es für Sie einfach, die Inhalte des Kurses in der Praxis umzusetzen. Sie brauchen die Checkliste nur Schritt für Schritt abzuhaken. Das ist die Malen nach Zahlen. Bonus Nummer 2. Alle Inhalte zusätzlich auch in schriftlicher Form. Im Wert von 29,95 Euro. Damit können Sie die Inhalte noch weiter vertiefen und werden es noch besser verstehen. Dies erhöht Ihr Selbstvertrauen für das Thema Finanzen und schärft Ihre Sicherheit enorm. Video Bonus Nummer 3. Die 4 besten Berater der Welt. Was sagen diese aktuell und wie Sie sich diese in Ihr Wohnzimmer holen? Im Wert von 29,95 Euro. Wer sind die 4 treffsichersten Finanzanalysten unserer Zeit und wie holen Sie sich diese zu sich ins Wohnzimmer? In diesem Video erfahren Sie genau, wie Sie das umsetzen können. Gesamtwert aller Boni allein bereits 79,85 Euro. Klartext Geldanlage Review. Meine Insider-Set-Erfahrungen. Das Produkt eignet sich für jeden, der sein Geld nicht sogenannten Expertenamt vertrauen möchte. Für die, die keine Lust haben, sich falsch beraten zu lassen und dafür noch Gebühren zu bezahlen. Ihr habt bestimmt auch Zweifel, wie ich sie anfangs gehabt habe. Ob der Kurs überhaupt sein Geld wert ist und einen deutlichen Mehrwert bietet. Trotz des einmaligen Angebotes. Zweimal a 97 Euro, was für diese Leistung sehr wenig ist. Für mein Pop und Ne dennoch aber ein kleines Vermögen. Durch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie war ich dann doch mutig und habe es bestellt. Ich bereue es nicht und bin außerordentlich zufrieden. Mit dem Support habe ich auch schon sehr netten E-Mail-Kontakt gehabt und die Leute haben mir bei meinen Fragen sehr gut und ausführlich geholfen. Nicht ohne Grund nennen sie sich Verbraucherschutz Klartext e.V. Und dafür, dass ich jetzt finanziell unabhängiger bin, erscheint mir der Preis mehr als angemessen zu sein, denn ich konnte einiges mehr verdienen und mein Mindset weiterentwickeln. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Floh von produkt-kenner.de Also, wir sehen uns im nächsten Video. Das war der Floh von produkt-kenner. Vielen Dank.